Hey Leute, auch mal wieder herzlich willkommen bei Schwempaddel. Heute mit dem Busef Alandra Anzuchtkastenexperiment Update. Viel Spaß! Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein Update zu dem Anzuchtkastenexperiment, ja aktuell ein sehr beliebtes Thema auf meinem Channel. Ich hatte ja in dem letzten Video gesagt, bei dem zweiten Anlauf in Anführungsstrichen, dass ich erst ein Update mache, wenn prägnant was zu sehen ist. Ich mache immer so, wir haben ja keinen Nährwert davon, wenn wir ungefähr 5 mm Wachstum sehen und dann sagen, boah, hat ein bisschen funktioniert. Man muss schon ordentlich was sehen. Jetzt nach, lasst mich nicht lügen, ich glaube 6 bis 8 Wochen so Pi mal Daumen. Je nachdem, wann ich das Video natürlich in der Relation hochlade. Gibt es durchaus was zu sehen. Erstmal die Frage grundlegend, wie bin ich jetzt die ganze Zeit über verfahren? Also, ich bin bei meinem Plan geblieben. Einmal am Tag sprühen, mehr nicht. Das Ganze ist auf der Fensterbank dort an dem Standort direkt neben mir geblieben. Sprich, wir haben nur die morgendliche Sonne, die reingefallen ist. Das hat auch wohl vollkommen gereicht, so wie es aussieht. Man muss es ja auch so wiederum sehen, wo die Busephalantras ursprünglich herkommen aus Borneo. Die wachsen zu 99% unterm Blätterdach, sprich mitten im Dschungel. Die bekommen nur Halbschatten. Also, mir wäre keine spezielle Busephalantra-Art bekannt, die in direkten prallen Licht wächst. Deswegen auch solche Licht, nicht hungrigen, wie sagt man da, Pflanzen, die weniger Licht brauchen, kann man definitiv bei sowas auch halten. Ja, einmal am Tag gesprüht. Die Lüfter oben habe ich gerade mal, ja, so ungefähr von der Größe her, hups, so auseinander gelassen. Also, lass es 2,5-3 Millimeter gewesen sein, hau von nichts. Es ist bis dato nichts geschimmelt. Ich musste zweimal Wasser absaugen, dass die Feuchte bleibt wohl so gut in dem kleinen Ding da drin, dass immer wieder durchs Sprühen, ich habe jetzt, in den kleinen Sprühe geht knapp einen Liter rein, meine ich. Ich habe den jetzt in der Zwischenzeit dreimal aufgefüllt, sprich dementsprechend haben wir fast 2,5-3 Liter reingekippt. Und der Wasserstand war relativ hoch. Das habe ich mal absaugen müssen zwischendrin, aber der Säule ist immer noch gut gesättigt, fast klatschnass. Was mir aufgefallen ist in der Zwischenzeit, ich werde dann auch gleich mal mit euch an den Tisch rüber gehen, dann gucken wir uns das Ganze mal näher an. Die Kryptokorine, die Flamingo, ist gefault nicht. Die Blätter, die haben sich aufgelöst. Und zwar da, wo sie flächig auf dem Säule auf dem Wasser gelegen haben. Sprich, die Blätter, die frisch nachgewachsen sind, die vom Halm her stark genug waren, das Blatt oben zu halten, sprich über dieser Säule-Wasserlinie, je nachdem wie man es nennen will, die sind gut gewachsen und die, die praktisch noch original waren und langsam runtergeklappt sind, das hat kaum einen Tag gedauert, sobald die das Wasser berührt haben, haben sie sich komplett aufgelöst. Das würde ich auch mal ein bisschen auf die Umstellung schieben, eventuell Thema Submers, Emers. Jetzt die ganzen Frischblätter wachsen tadellos, sie wirkt ein bisschen grüner, so vom Touch her, würde ich sagen, aber wenn die Blätter ein bisschen größer werden, werden sie dann auch klassisch für die Flamingo relativ pink-rosa, wo zwischendingt. Düngen, wie gesagt, bis dato auch überhaupt nichts, ich weiß nicht, ob ich jemals in dem Ding ansatzweise irgendwie düngen werde, je nachdem wie lang das Experiment natürlich auch läuft. Ich hatte ja einen angesättigten Säule gehabt, auch wenn es der Amazonia Light war, da sind trotzdessen genug Nährstoffe drin, gerade für das Thema Bussiflantra, die ja jetzt eh nicht durch ihr langsames Wachstum so die riesen Nährstofffresser sind. Also das sollte bei weitem nicht jetzt über die Zeit hinweg das Problem sein. Ich würde sagen, nicht so viel schnacken, wir gehen mal rüber an den Tisch und gucken uns mal die Pflanzen direkt live an. So, hier sind wir am Anzuchtkasten und können endlich uns mal genauer anschauen, wie es aktuell aussieht. Der Deckel, wie man sieht, ist schon klatschnass. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass einem die Brühe nicht überall hinläuft. Ich suche mal ein bisschen rein für euch. So, sollte das, denke ich, ganz gut sein. Also, auf der linken Seite hier drüben, Moment, einmal so ist es vielleicht besser, haben wir die Kryptokoröne Wendy in der Farbvariante Flamingo. Hier ist das, was ich gesagt habe, hier unten, gerade das hier hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera halbwegs erahnen kann, da war mal ein Blatt hier unten dran. Es sind jetzt letztendlich nur noch die zwei kleinen hier, die überhalb der Säullinie stehen. Alles, was hier auf den Säull fällt und ein, zwei Tage drauf liegt, vermatscht postwendend. Also, auch hier bei der hinteren kann man erahnen, ich gehe mal ein bisschen näher ran, mal gucken, ob es die Kamera mitmacht. Und die Richtung. Gerade das intere hier jetzt zum Beispiel, das wird wahrscheinlich auch in ein, zwei Tagen Matsche sein, weil das berührt auch schon wieder an der Spitze hier unten der nassen Säull. Aber die, die hier nach oben frisch wachsen, man kann es ganz gut an dem hier hinten sehen, das ist erst ein bisschen grün und dann, wenn sie größer werden, werden sie mit der Zeit vorne so pinkfarben, wie halt klassisch Flamingo auch aussehen sollte. Die Blätter werden bis dato nicht so groß wie unter Wasser. Ich habe ja drei Ableger auch in meinen Mini-Aquascape mit reingesetzt. Die werden bedeutend größer, also locker doppelt so groß, wobei da ja auch in der Relation recht kleinen Becken sitzen. Also ich habe schon Bilder gesehen, da waren sie im Verhältnis locker so groß. Aber hier noch relativ klein. Wie gesagt, ich denke, das hängt damit zusammen, sobald die sich hier in irgendeiner Form E-Mers statt Submers entwickeln und dann wirklich dauerhaft in dieser Pumpe hier, muss man schon sagen, liegen, beziehungsweise in dem klatschnassen Säull, fangen sie einfach an zu verfaulen. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. So, können wir eigentlich schön hin und her schieben. Hier haben wir die Busephalandras Begtaia Green. Schön hier zu sehen. Eins, zwei, drei, vier und gerade erst abgeblüht. Nummer fünf und sogar hier unten Nummer sechs. Sechs Blüten insgesamt. Die blüht momentan en masse. Ich schiebe es mal drauf, dass gerade jetzt in den heißen Tagen bedeutend mehr Licht als sonst mit reingekommen ist. Gerade die größeren Ableger, wie man sehen kann, wachsen jetzt wirklich auch relativ breit. Am Anfang sind sie ja gefühlt nur so trichterförmig nach oben gewachsen, die Blätter, und jetzt wachsen sie auch in die Breite. Und vor allen Dingen gerade die Rhizome, die ich genommen habe, die auch so ein bisschen, ich nenne es mal, verästelt waren, sprich mehrere Zweige, Abzweigungen hatten, die lassen sich jetzt so ein bisschen in die Breite fallen, sprich die wachsen nicht mehr so kompakt. Und die Pflanze kriegt dementsprechend auch mehr Blätter an anderen Stellen als vorher. Im Wachstum sehr zufrieden. Bei der interessanterweise konnte ich es nicht beobachten, dass die Blätter faulen, wenn sie dauerhaft hier in der Feuchte liegen. Also selbst hier jetzt, ich denke mal, man kann es hier ganz gut erahnen, und die liegen dauerhaft im Nassen, die hier unten, aber da passiert überhaupt nichts. Man kann aber auch nicht sagen, dass es nur mit der Kryptokorüne zusammenhängt, weil wenn wir gleich zur nächsten Busse für Landrat, zur Taya gehen, werden wir dann sehen, dass es da auch stellenweise ein bisschen gammelt. Aber hier haben wir das Problem nicht. Und gerade zum Beispiel auch bei der grünen hier hinten könnte ich fast schon hergehen und ein paar Seitentriebe mit abzwicken und wiederum hier wieder neu mit ansetzen. Aber ich denke mal, ich werde es jetzt erstmal so wachsen lassen. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden, wie es da aktuell aussieht. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Rutschen wir mal ein bisschen raus. So, hier haben wir die Variante Bruseverlandraspektaya. Was man unter Wasser sehr schön beobachten kann, ist das Grundrhizum, sprich der Stängel, dass der so, ich sage mal, so leicht rosäfarben, so könnte man es fast nennen wird. Und das wird er auch hier ehemals, sprich über dem Wasser. Auch hier haben sich jetzt die Tage über einzelne Blüten gebildet. Hier haben wir zum Beispiel eine sitzen. Hinten ist eine kleine, hier vorne ist auch noch eine. Natürlich fallen die bei der Variante ein bisschen kleiner jetzt aus, als bei der großen Wavy Green hier drüben. Also wenn man jetzt hier mal guckt, das ist wirklich schon eine riesengroße Blüte. Ja, bei der kann man es Tatsache auch beobachten, wie bei der Kryptokorüne, dass die Blätter, die hier dauerhaft auf der nassen Säule liegen, faulen, aber auch nur die Blätter, die am Rhizom weiter unten sitzen, sprich die Frischtriebe, die jetzt wirklich auch bei mir hier vor Ort nachgewachsen sind, selbst wenn die das Wasser berühren, eher weniger. Es sind eher Alttriebe. Da könnte man es ein bisschen drauf schieben, dass einfach die Blätter ihre Lebensspanne hinter sich haben und dann halt dementsprechend verfaulen. Ja, die wächst auch sehr gut. Die wächst jetzt sogar, finde ich, relativ kriechend. Also die Wavy Green, dadurch, dass sie sich auch ein bisschen verteilt, aber da wachsen auch die Stängel wieder mehr nach oben. Hier, die wächst fast kriechend. Man kann es zum Beispiel bei der hier hinten in der letzten Ecke so ein bisschen erahnen. Die kriegt wirklich so Seitenausläufer, die fast kriechend hier über dem Boden wachsen oder auch bei der hier vorne kann man es recht gut sehen. Also da könnte man wirklich auch erahnen, dass man, wenn man das Ganze jetzt so in der Form wachsen lässt, dass sich hier so ein komplettes Pad bildet, ein massives, dass man dann irgendwo natürlich auch idealerweise im Becken dann oder in Wavy Cusa wieder einsetzen könnte. Aktuell bin ich nicht dran, noch irgendwas dazu zu setzen. Es würde mich aber in einer gewissen Form irgendwie kitzeln, da das jetzt wirklich auch so gut wächst. Ich möchte jetzt nicht hergehen und noch zusätzlich wieder eine Dark Achilles reinsetzen. Ich möchte jetzt erstmal, dass die sich im Becken soweit mal weiterentwickelt, dass wir da wieder einen stabilen Stamm an Ablegern haben. Aber das Ganze hier finde ich wirklich geil in der Form, muss ich ehrlich so sagen, wie sich das jetzt entwickelt. Und vor allem in der Relation, es ist fast keine Pflege. Ich mache einmal am Tag den Deckel runter, besprühe das Ganze mit Wasser und Feierabend ist. Mehr ist es nicht an Arbeiten, muss ich wirklich sagen. Das ist so einfach wie eine Zimmerpflanze zu halten. Und einmal am Tag oder je nachdem, was für eine Pflanze natürlich auch einmal die Woche gießen und Feierabend. Natürlich werde ich es jetzt direkt nach der Aktion nochmal besprühen, da jetzt logischerweise die ganze Luft feuchte Flöten geht, wenn wir das hier offen haben. Aber das ist nicht schlimm, das holt man dann recht zügig wieder rein. Pflegeaufwand, ansonsten nichts. Ich zupfe weder kaputte Blätter raus noch, dass ich sage, ich mache da irgendwie jetzt aktuell an den Busen oder ähnlichen was rum. Das ist das Einzige, was ich jetzt wie gesagt gemacht habe. Das Wasser ab und zu ein bisschen ablassen, da doch der Wasserpegel durchaus steigt. Und was ich zukünftig dann auch noch angehen werde, ich werde das Moos ein bisschen entfernen. Es ist bei allen, beziehungsweise bei beiden Bussephalandra-Varianten, bei der Kryptokoröne nicht, ist so eine Art kleines Moos mit dabei. Hier zum Beispiel an dem Sollkorn wächst wieder irgendwas. Ich glaube, das würde die Kamera nicht gebacken kriegen, das ist ein bisschen zu klein hier vorne. Das könnte fast Singapur-Moos oder irgendetwas Eingeschlepptes sein. Das tue ich dann zumindest aus dem Bussephalandra-Varianten ein bisschen rauszupfen, weil wenn sich das einmal in so einem Knäuel richtig festgewachsen hat, kriegt der das nahezu gar nicht mehr rein. Wenn dann, selbst wenn so ein kleiner 2-3 mm Fetzen drin bleibt, wächst der wieder nach. Ja, das bleibt jetzt erstmal so. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich die Lust und Laune habe, noch einen zweiten Kasten anzufangen. Reizen wird es mich irgendwie, gerade auch mal so die Variante zu fahren, vielleicht nur mit kleinen Bussephalandra-Varianten, dass man sich so selbstgezogene Pads praktisch zieht, um mal zu beobachten, wie die wachsen, dass man einfach sagt, okay, ich nehme ein Pad mal als Beispiel 5 auf 5 cm, setze das hier hin und beobachte mal, ob das wirklich zu einem massiven, großen Pad nach außen hin dann wächst und natürlich auch in welcher zeitlichen Relation. Aber ich denke, mit großen Bussephalandra-Varianten werde ich hier jetzt erstmal sparen. Zum einen wegen 30, muss ich ehrlich dazu sagen, mit den teuersten Bussephalandra-Varianten sind gerade die großen Varianten oder spezielle Farbzuchten. Also wirklich das Thema, es würde mich mal reizen, sowas wirklich als massiven Bodendecker, als Teppich einfach zu ziehen, den du dann einfach fertig in dein Barbecuser oder Aquarium legen kannst. Aber da bleiben wir definitiv mit dabei. Ja, da kann man doch definitiv schon erstmal zufrieden mit sein, würde ich sagen. Also ich werde das Experiment definitiv jetzt weiterführen. Also es ist jetzt auch mal mein Interesse geweckt, dass ich wirklich sage, ja, mal beobachten, wie das so weiter wächst. Je nachdem, wie es sich verhält, auch mit dem Wachstum eventuell, werde ich das Experiment bis in Winter hin reinziehen, sprich, wenn dann die Sonnenphasen einfach irgendwann zu kurz sind. Ich denke nicht, dass ich mir da jetzt ein Eck geben werde und irgendwie eine Lichtkonstruktion drüber bauen würde. Das Einzige, was ich provisorisch machen könnte. Ich habe ja noch die Twinstar Typ C vom Flurbecken, die normale übrig. Die könnte ich theoretisch in der Winterphase draufstellen, aber ob ich mir das dann noch gebe, muss ich mal gucken. Aber bisher wirklich sehr interessant, das Wachstum so beobachten zu können. Wie gesagt, die Überlegung ist dann vielleicht noch, einzelne kleine Rhizome nochmal, wenn es zu doll wächst, abzutrennen und die einfach nochmal auf den Säulen aufzulegen und zu gucken, wie es sich entwickelt. Aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach erstmal weiter wachsen und vor allem auch blühen, wie ihr gesehen habt. Und gucken mal, was sich da so weiter ergibt. Ja, schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich hatte ja in den folgenden Videos schon gesehen, dass ein paar auch so auf die Idee gekommen sind, das mal zu probieren. Wenn ihr es mittlerweile probiert habt, schreibt gerne unten mal rein, wie es so bei euch läuft. Ansonsten auch gerne, wie ihr das Experiment bis jetzt findet. Ja, wenn euch das Video so in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht. Aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann. Bis dann. Bis dann. исann. Untertitelung des ZDF, 2020